Niederländer sind oft laktoseintolerant, sind die zuverlässigsten Nachbarn, sind die schlechtesten Autofahrer. Die schlechtesten Autofahrer natürlich. Natürlich. Mit dem scheiß Wohnwagen hinten dran. Stimmt das jetzt auch? Stimmt das jetzt auch? Überall am kriechen wie die Schweine. Stimmt das jetzt? Natürlich stimmt das. Mittelspurfahrer, Holländer, ganz schlimm. Mittelspur, 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 Mittelspur. Es gibt auch eine rechte Spur und eine linke. Bei drei Spuren. Oder eine Oma aus Holland. Kann man sich hier abbiegen? Warte, ich guck erstmal mit dem Auto nach. Warum haben die so einen Kölner Dialekt jetzt in Holland? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo war der Kölner Dialekt? Schweden sind arrogant, sind besonders reich, sind nur schwer aus dem Konzept zu bringen. Warum nicht? Sind die hottesten Fußballspieler. Ja, oder... Hallo, Leute, habt ihr wirklich das gegoogelt?